Kolonie Okay, dann, ja, würde ich sagen, weiter Kolonie Weiß, wir werden jetzt die Kolonie kennenlernen Okay, ich dachte, ich könnte mal gehen, aber anscheinend nicht, anscheinend müssen wir uns das aufheben, für ein andermal Ja, die Kamera dachte auch genug Horror für heute Kass, wel, komm, tu, okay Oh, noch ein Tonband So, warte, Alex Wang So, dann hören wir den Alex Wang mal ab So, da Oh, Moment Sie haben uns gesagt Dass uns ein neues Leben erwartet Ja, klar, Mann Wohl eher derselbe alte Scheiß Ich meine, ist doch so Auch mit Doppelschichten komme ich kein Stück weiter Es tut mir wirklich leid, dass es so lange dauert Ich hasse den Gedanken, dass du noch auf Felix festhängst Ich verspreche dir, ich hole dich da bald raus Du fehlst mir Mhm Du fehlst mir Äh, ja, okay, wo gehen wir denn lang Was? Ähm Äh, hier geht's sogar nach oben Ich Warte mal, bevor ich jetzt da lang gehe Hier geht's auch nach oben Mann, ich hasse das Okay, hier kann mir erstmal nichts passieren Leider kann ich ja wieder runterklettern Nein, die Texte passen manchmal irgendwie nicht zu den Untertiteln Das stimmt Das ist irgendwie manchmal ganz merkwürdig Lass sie das nicht gefixt kriegen Also es ist ein paar Updates Sind's Schön Nachladen Ach, hier geht's eh nicht weiter Okay Also müssen wir durch den Schlitz So Na Ich bin ja felsenfest Also ich hoffe, dass wir es vielleicht heute durchschaffen Ich weiß ja nicht, wie viel da noch kommt Vielleicht könnte mal einer so nachschauen Wir sind ja jetzt bei dem Kapitel Kolonie Könnt ihr ja mal nachschauen, wie weit wir sind Ob da noch viel kommt So Ui Ui, Witzker Ja Okay, finde einen Weg in den Leuchtturm Okay Das erinnert mich gerade ein bisschen an Mad Max Ich weiß nicht, warum So Aber ich vermute mal, dass mit dem Leveln des Nahkampfangriffes Dass man da halt maximal ist Das war, glaube ich, gewollt an dem, äh Minenprotokoll 2 An dem Fahrstuhl da Oder was das war Oder die Minenbahn Derin war Okay Minenprotokoll Minenweiterprotokoll 2 Äh, hier So, ab Danach kommt noch ein Kapitel, wenn ich das richtig sehe Also insgesamt acht Ah, okay, cool Dann schaffen wir es hier heute Auf jeden Fall Mich an Alan Wake Stimmt, Alan Wake möchte ich auch noch spielen Den ersten Teil Hab ich Ist mir Ist völlig an mir vorbeigegangen Alan Wake Damals Aber da ja Ich, da ich weiß Ins zweiten Teil kommt Würde ich den ersten auch gerne einmal durchspielen Steht ja auch noch auf meiner Liste So Hüpf Und ich denke Ganz schön baufällig hier, das Ganze Ähm Und ich denke, Atomic Heart wird auch nicht mal eben ein Spiel sein Was du mal eben schnell durchspielst Aber es war, es war so klar Moin Ja klar Das ist die Kolonie Die ehemalige Naja Vielleicht können wir ja dran vorbeischleichen Wir gucken mal Da ist auf jeden Fall eine Tür gewesen Da Wo wir irgendwas brauchen Moin Grüß dich So Kandidat 1 weg Noch ein paar andere übrig Bleibst du mal stehen? So Wo müssen wir denn hin? Hier ist auch einer, ne? Ja Okay Moin Grüß dich Nein Nicht zu mir drehen Nein Okay Er so da so Ich so hier so Ist ein schönes Spiel Der zweite Wenn man den zweiten Teil sieht Nur ein Arcade-Game Also bisher Ein richtig zweiter Teil Äh was? Reden wir gerade vom selben Spiel? Ja Alan Wake Ja Alan Wake Aber wieso? Da gab es doch einen vollen fetten Trailer Oh nein Jetzt kommt der hier rein Das war voll die Falle Oder auch nicht Die Falle für dich Hier ist sein Schlafzimmer So Aber Alan Wake Der Trailer vom zweiten Gut Bisher hat man noch nichts gesehen War ein Render-Trailer Muss man ja auch sagen So Ja der muss an dir vorbeigegangen sein Es gab einen Render-Trailer Der voll fett aussah Vom zweiten Teil Schon ein bisschen länger her jetzt Wie der Ankündigungstrailer davon Äh Wieso dreht er sich so schnell um? So unberechenbar wie die sind Bleib doch mal stehen Mann Nein Ich will den stechen So Nämlich So nämlich So Dann würde ich mich gerne nochmal ein bisschen umgucken Oh was liegt denn da? Sind das Minen? Ach nee Die Decke leuchtet nur rot Wie die hier gehaust haben Sieht aus als wären sie überstürzt Da ist eine Leiter Und hier ist ein Schalter Ich würde tatsächlich Okay Wir müssen eh da Zurück Kann man ja nachher mal zusammen gucken Hier steht auf ne? Besser Besser nochmal auf Nummer sicher geben Ähm Bist du dir sicher? Dass du irgendwelche Knöpfe drückst Von dem du keine Ahnung hast Ach toll Ähm Ernsthaft? Du hast da mal stecken Ähm Ist mal Schmerz Inventar voll ne? Oh nein Hau ab Ich hasse diese Viecher Schickuri Da hinten ist die Schickuri 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 Komm ich an dem vorbei? Stimmt nicht ne? Es war so klar Es war so klar Huch Wieder in den Raum fliegt Hui So gib mir deine Munition So Na Junge Mann Wie sieht's aus mit uns beiden? Wollen wir tanzen? Achso Er so da so Ich so hier so Geil Sieht aus wie 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 so einer Geisterbahn Ach Direkt eingeschlafen Das möchte ich auch können Was ich stelle mich So einfach so in der Ecke Und dann so kurz Zwei Sekunden später So Wo war ich? Achja Ich bin im Wohnzimmer stehen geblieben Achja So Weißt du Läufst du zum Bett Ich bin voll müde Ich gehe ins Bett Kuss vom Bett So Voll lustig Wie der jetzt eingeschlafen ist Gerade Gerade noch so Kurz Zeit später So Das ist voll gut Disco Lass mich raten Da ist die Karte Die wir brauchen Natürlich Ja Was denn Ich muss es sehen Das ist glaube ich der Der aus dem Schacht kam Ne Der der aus dem Schacht kam Jetzt im Kino Der Du hast da was Es war Schmerz Schmerz So Nochmal Drauftreten Zur Sicherheit Und seine Credits Nehmen So ich höre kein Ich gehe mal kurz ins Badezimmer Um mich frisch zu machen Nach den ganzen Aktionen Hier Ist mein Inventar voll Toll Sturmgewehrbauplan Einen Moment Kann ich mich heilen? Ich bin gut drauf Sagt der Okay Habe ich irgendwas Was ich da lassen kann Die haben so viel Schrotflinten Und die zwei Schuss Schuss da oben Die lasse ich einfach mal los Ich lasse los So wie es einfach ist Ernsthaft Wo kommt der denn her? Mit der Füße nach oben Toll Großartig Ja gut Jetzt kann ich mich auch Ne ich kann mich gar nicht heilen Das ist ja super Ähm Toll Ja Das finde ich auch blöd Dass man so viele Sachen Liegen lassen muss Dass man mit dem Inventar So managen muss Natürlich Na komm Komm Put 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 Komm Put 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 Komm Hier lang Voll der Klicker Mehr Nee Du hast da was Im Nacken Ja so ein Lager Oder halt einfach Größere Taschen Naja wo du mehr Oder halt Dass du es leveln kannst Dass du mehr mitnehmen Hä Oh, na hallo Kann ich eh nicht mitnehmen, doch 26 Wieso sind da zwei auf einmal? Äh, können wir kurz drüber reden? Drehst du dich bitte um? Bitte Tu mir den Gefallen, danke Oder geh woanders hin einfach, es ist auch völlig egal Wo muss ich jetzt Achso, ich muss jetzt mit der Leiter wieder interagieren Ich muss jetzt glaube ich wieder runter, war ja so Oder, kann ich hier durch die Tür? Wo geht's eigentlich hier hin? Hier waren wir noch gar nicht Wo geht's denn hier hin? Oh Hallo Danke Mh, Durin Bar Okay Mienenarbeiterprotokoll 3 Hören wir uns das mal an Äh, da Ah, okay Jetzt wird er schlau Das ganze Gelände ist abgeriegelt Mann, das bringt so viel Geld Und ich muss es liegen lassen Wie ärgerlich Munition ist schon wichtig, ne? Muss man einfach so sagen, wie es ist Ach, der ist ja gar nicht mehr hier Wie praktisch Oh doch, der ist hier Äh Äh Er hat mich nicht bemerkt Gott sei Dank Ich hab ein anderes Deo heute drauf Hä, was war das denn? Entschuldigung, ich hab heute keinen Moschus Äh, warte mal, wie, wo und wo kam ich denn? Ähm, ah hier Entschuldigung, ich hab heute das, das falsche Deo drauf Deswegen hat er nicht angebissen So, wir müssen da hin Äh, natürlich Gott, 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 Alter Brrrr Hat der mich erschrocken Fahre im Aufzug zum Hightower Okay Äh, ich muss los Ciao Mach die Tür zu, Mann Uh Das war knapp Ich zitter noch völlig vor Angst Äh Äh Draußen bleiben Ach, draußen bleiben Wo ist sie hin? Sie ist draußen So, wir kriegen schon wieder irgendwelche So, der Maulwurf Yannick Sage Äh, Yannick Sage Der Maulwurf Ich hatte keine Wahl Durfte nicht zulassen, dass es sich weiter ausbreitet Sie waren natürlich alle ersetzbar Aber was wir gefunden haben Was ich gefunden habe Das könnte der Schlüssel zu allem sein Ich muss Kontakt mit dem Kreis aufnehmen Mit dem Kreis Ist das vielleicht den Raum, den wir gefunden haben Ist das mit dem Symbol der Kreis? Ist das vielleicht so eine Organisation? Mein Gott Könnte auch mal wieder jemand kommen Hier zum Reparieren alles So, wir können da hin Wir können aber auch hier hin Und der ist nicht blind Der ist definitiv nicht blind Das ist nicht gut Ist der noch da? Natürlich ist der noch da Kuckuck Du Fettsack Schieß dir die Beine ab, Mann Mein, du Schlingel Hast du mich überrascht? Äh, hier liegt eine Hand Oder ein Arm Ich weiß gar nicht, ob wir hier hin müssen Oh, Leben Ja, danke Was gibt's noch hier? Information Revolver-Munitionchen Fünf Stück und nochmal Leben Danke Für fünf Revolver-Munition Hätte ich beinahe mein Leben riskiert Naja Die Kolonie Die Kolonie Och Mann Ernsthaft Wie will kommen denn da jetzt? Er alleine? Ja, es kann einen retten Das stimmt schon Was ist denn da los? Hallo? Hallo? Gib mal her Geh mal weg Komm mal her Was ist da los? Nö Ich geh erstmal hier Scheint ja abzugehen da oben Das ist ja toll Oh nein Ruftop I go to the rooftop Yeah I go into my life Oh oh I go into the rooftop Was läuft denn da blau? Ein Akkusatz Ah, wir haben eh Im Winter voll Was soll ich da? Was ist das? Da geh ich nicht hin Warte mal War Rooftop hier lang? Ich bin mir nicht sicher Oh, das ist ja schön Oh Die Musik Ach nee Torsicherung Äh, was mit dem? Ah, lass mich Schieß die Arm und Beine weg, Junge Lässt mich wohl in Ruhe Ah, das ist die Kolonie Das sind auf jeden Fall Leute der Kolonie Sieht zumindest danach aus Ich erlöse dich Gar kein Problem Mein Scharf Ich erlöse dich von deinem Leid Ist das ein Fahrstuhl? Nein Ich erlöse dich von